Ich bin den Indukusch hochgefahren. Die Leute hier denken, der Indukusch, das ist kein Fluss, das ist ein Gebirge. Die Leute hier, die sehen irgendetwas im Fernsehen, glauben es dann und meinen zu wissen, dass der Indukusch ein Gebirge ist. Ich aber, ich war da. Schießen Sie bitte, bitte schießen Sie nicht, bitte schießen Sie nicht, ich will uns mal machen! Aber was genau ist unser Auftrag? Sieh zuvor aus diesem Schrank. Sagt, der Hase! Vor uns lag jetzt nur noch der Fluss. Fincenes, Sie machen mir keine Angst, diesmal. Beinahe lächerlich. Es ist okay.